Hallo Leute, ich bin Manni und ich bin hier, Busfahrer. Hallo Freunde, ich bin Manni, ich freue mich so dermaßen auf Weihnachten. Ich bin schon hier Outfit-mäßig vorbereitet. Guckt ihr das an? Ich sehe nach Heiligabend aus. Ja, ganz genau. Übrigens, wir haben hier unseren Mannschafts-Bus-Adventskalender. Ist das eine geile Kiste, was du da gewinnen kannst? Hier, diesen original unterschriebenen Ball von Borussia Dortmund. Trikot vom BVB mit Unterschriften. Trikot vom FC Bayern. Ribéry hat unterkritzelt. Dann hier Augsburg, Ball Augsburg, Ball Bayern. Free Karten für Matze Knob, der jälte Comedian ever. Ich freue mich so dermaßen. Kenn ihn ganz gut. Kappen gibt es Schal, Auto und so weiter, Freunde. Also, jetzt mal hier nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, mitmachen. Aber hier, alles online.